Oh, 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 oh! Einen fetten Element, Gruß von mir auf MAUF! Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Resident Evil am Wirecore. Diesmal aber mit einer kleinen Änderung, denn die Demo ist ja vorbei, am 14. ist sie abgelaufen. Und ich hab mir das fertige Spiel geholt. Für 20€ war ja die Normalvision im Angebot und für 30€ die Deluxe Edition. Da hat man dann so ein paar... Und ähm... Skins und sowas. Also eigentlich nur so nice to have dann, aber auch nicht mehr. Jedenfalls nichts, was man unbedingt benötigt. Aber ich hab halt gerne verschiedene Waffen zur Auswahl, mit denen ich dann spielen kann. Als nur so eine Handvoll. Also je mehr Waffen ein Spiel hat, desto besser ist das schonmal für das Spiel. Finde ich. Moment, das macht keinen Sinn, wenn ich hier runtergehe. Äh, die Seine verreckt. Äh... Alter, was ist hier denn los? Mein Koffer! AAAAAH! Aua! Nein! Oh shit! Ich hab den Koffer, ich muss laufen. Zombies wollen mich haben, die Spieler wollen mich haben, ich hab nicht geleben. Nein! Nein! Alter, was mach ich hier? Oh, scheiße! Einfach absolutes Chaos gewesen gerade! Warte mal, sind wir Bravo? Sind wir Entführung oder sind wir Alpha? Oh, scheiße! weiß man nicht wie der mich getroffen hat aber okay wir sind bravo denn die gegner haben den koffer und die punkten war dann also gegner sind auch schon ein bisschen länger dabei schild an 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 vor hoher aber drei kürze und 25 hat aber leider nicht gereicht so, Position ein so, da kommen ja eh schon die Ersten, wollte ich grad sagen versuch mal was anderes oh, okay ah, nein scheiße los, lass mich voran BAM wie viele Zombies hier ankommen glaub ich so bodenständig, weil die auf dem Boden liegen da fliegt die, aber cool weil die mich in dem ganzen dem Boden hier nicht sehen, wie geil oh, warte mal, es gibt eine neue Stellung nein oh, womit hat er mich weg gemacht mit dem Narkam oh shit wo ist hin da? oh das war natürlich ja, was wir jetzt machen Sprintzau die Bauernwestern gegrüßt oh weiß nicht, ob ich das gut finde ok, tue ich nicht ey, geh mal weg scheiß Zombie, ey ich hätte da keinen Weg Kornaten ach kacke ey, wie hab ich bei dem Spiel das hab ich aber immer, wenn ich nicht sofort Nies rum hab ich so einen richtigen Druck äh, das mag ich überhaupt nicht AHHHHH KOMM ja, ich... Leute, er hat einen Arm verloren hehehe so, wo sind die da oh, das war ein Fail hier nicht so so einfach mal reinhalten ich hab 5 Punkte gekriegt, sagen wir ja als ob wir verloren haben krass, Leute, Zeit ist abgelaufen oh, wie knapp 30 zu 33 ernsthaft das könnt ihr doch nie ernst meinen das ist meine erste äh das ist meine erste äh, wichtige Online-Runde warte mal, was soll man machen? was soll man machen? was soll man machen? was soll man machen? toll, alles klar aimen sollte man schon können so zombie assist what? NEIN ach, leck mir doch die mit der die die nicht oder sie sind Wir haben die jetzt die Probe gekriegt. Wir wollten sie verpaschen. Wow. Das ist ein Fang. Awesome. Man warten. Ich seh doch grad nichts. Was willst du denn? Kommt der von hinten an. Da ist ein Stinker. Oh. Äh, ja. Ich müsste auch mal treffen. Das wäre nicht so schlecht. Und da bin ich wohl. Fuck. Kommt, ich hole jetzt auch mal hier. Den Knüppel aus dem Sack. Hab ich den noch gekriegt? Ich weiß grad nicht, ob ich den gekriegt habe. Nö. Ach, was ein Scheiß. Nichts für Schaden. Mach dazu. Alles klar. Der Gegner einschlagt mir noch nicht bei oben. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Gegner zusammenspielen. Aber ich... Weil die spielen irgendwie ziemlich gut zusammen. Ein bisschen schuldig finde ich dafür, dass das zu Ende empfindet. Jawohl, ey. Okay, vor der Seite ein Gelungst. Oh, und die Runde haben wir auch verloren. Ja, in der letzten Folge so hart rasiert, wann jetzt hart rasiert wurden. Boah, ging gekriegt. Ja, hatte ich jetzt keine Chance. Scheiße, ey. Na gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über den Like freuen. Natürlich auch immer wieder gerne ein Abo da lassen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und uns mögt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.